Er hat noch einen Kameraden in Vietnam. Einen, der seit Jahren in geheimen Lagern im Dschungel festgehalten wird. Passt auf, das ist eine Falle! Er muss ihn befreien. Das ist glatter Selbstmord, Kate. Das schaffst du nie. Der wird kommen, hat das Kämpfen nicht verlernt. Sein Auftrag lautet Unternehmen Condor. Die besten Männer werden ihn begleiten. Operations, hier ist Dr. Death. Wir fliegen heute Nacht noch nach Lars. Aber Sir, ich habe keine Stabfreigabe. Das interessiert mich nicht. Es ist ein Geheimauftrag. Gute Beut! Gute Beut! Ich will hier raus! Raus mit euch! Ihre Freunde wollen sie befreien. Das werden sie leider nicht mehr erleben können, weil ich sie abknallen werde, Captain! Cale Hansen ist Rukus. Er hat in Vietnam kämpfen gelernt und kehrt jetzt in die grüne Hölle zurück. Los, auf mit mir! Abfahren! Jetzt müssen sie sterben, Captain! Nein, gar nicht! Ihr verdammte Schweine, dafür werdet ihr bezahlt! Ihr habt sie getötet! Ihr habt sie getötet! Ja! Rukus 2. Unternehmen Condor. Ein tödlicher Auftrag.